Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Im heutigen Video schauen wir uns die Quickmill Orione 3000 an. Die Quickmill punktet auf den ersten Blick auf jeden Fall mit ihrem Design aus Edelstahl und dem Preis. Sie liegt nur unwesentlich über der Sage Barista Express, die wir bereits hier oben reviewed haben. Ob sich der Kauf der Quickmill Orione lohnt, erfahrt ihr im heutigen Video. Die Quickmill Orione ist ein kompakter und schicker Einkreiser für Einsteiger und Fortgeschrittene. Die Maschine besteht überwiegend aus Edelstahl und fühlt sich für die Preisklasse sehr hochwertig an. Das Bedienen der Maschine ist relativ einfach und selbsterklärend. Hier oben findet ihr drei Kippschalter. Einmal für das Ein- und Ausschalten der Maschine, einen für die Dampflanze bzw. Heißwasser und einen zum Start des Espressobrüts. Unten links findet ihr außerdem einen Manometer, um den Druck abzulesen. Außerdem heizt die Maschine innerhalb von nur fünf Minuten auf, da durch das Thermoblockverfahren das Ganze sehr, sehr schnell geht. Bevor du deinen Espresso beziehst, solltest du auf jeden Fall den Brühkopf einmal durchspülen. Zu heißes, angestautes Wasser wird damit ausgespült und die optimale Temperatur für den Espresso hergestellt. Je nach Kaffee liegt diese bei 90 bis 94 Grad. Wir wählen für Espresso wie immer einen feinen Mahlgrad. In den Siebträger der Quickmill Orione passen in etwa 17 Gramm Espresso. Für mein Espresso wähle ich das klassische Verhältnis von 1 zu 2. Das bedeutet, dass wir auf 17 Gramm Kaffeepulver am Ende ungefähr 34 Gramm Espresso haben möchten. Das Ganze sollte innerhalb von 20 bis 30 Sekunden passieren. Den Siebträger setzt man dann wie gewohnt ein. Wobei die Quickmill ein Schraubsystem hat, was etwas ungewöhnlich ist, aber mit ein wenig Übung geht das dann auch relativ einfach. Hierbei ist besonders wichtig, dass du bis zum Anschlag den Siebträger einsetzt. Halte zur Sicherheit auf jeden Fall die Maschine leicht fest, da sie sich leicht mitbewegen könnte. Wir haben mit der Quickmill Orione mehrere Espressos getestet und sind mit den Ergebnissen durchaus zufrieden gewesen. Klassische Espresso-Röstungen, also dunklere und mittlere Röstgrade, funktionieren mit der Quickmill besonders gut. Dennoch hatten wir etwas Schwierigkeiten mit den helleren Röstungen, denn besonders fruchtige und säurelastige Espressos waren nicht ganz so einfach einzustellen. Kommen wir nun zur Milchlanze. Die Milchlanze ist dafür da, um Milch zu schäumen, aber auch um Heißwasser zu beziehen. Das Ganze kann echt frustrierend sein, denn wenn ihr einmal Milch geschäumt habt und danach vergesst, die Dampflanze wieder einzuklappen, dann kommt statt Espresso Heißwasser an der Seite heraus. Beim Testen ist uns das einige Male passiert und es ist echt eine Riesensauerei und super frustrierend. Warum das hier nicht anders gelöst wurde, ist echt fragwürdig und definitiv ein Manko der Quickmill Orione. Die Milchlanze ist relativ schwach und bringt nicht genug Power mit, um schnell Milch aufzuschäumen. Das Ganze dauert etwas und auch das Geräusch dabei ist nicht so angenehm. Man hat immer so ein kreischendes Geräusch, während man Milch schäumt, was echt ein bisschen nervig ist und die Ergebnisse sind auch nur so mittelmäßig. Mit ein wenig Übung kriegt man simple Latteart hin, wie zum Beispiel ein Herz oder vielleicht auch eine Tulpe, aber Latteart Weltmeister werdet ihr auf jeden Fall mit der Quickmill nicht. Hier noch ein praktischer Tipp zur Verwendung der Milchlanze. Wir empfehlen auf jeden Fall, die Milchlanze relativ lange durchzuspülen, denn das Kondenswasser, was in der Milchlanze sich befindet, muss einmal raus. Und die Milchlanze braucht auch ein wenig Zeit, um auf ihre volle Power zu kommen. Das hört man auch definitiv raus. Für wen ist also die Quickmill Orione geeignet? Die Quickmill Orione ist bestens für Einsteiger geeignet, die nicht lange auf ihren Espresso warten möchten. Die Verarbeitung der Maschine ist in dieser Preisklasse auf jeden Fall hervorragend und auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall. Das Thermoblock-Verfahren bringt einige Vorteile mit sich, wie zum Beispiel die schnelle Aufheizzeit. Wer jedoch besonders viel und gerne Milch aufschäumt, sollte vielleicht eher zu einer Espressomaschine greifen, die einen Dampfkessel besitzt. Solche Maschinen haben einen intensiveren und länger anhaltenden Wasserdampf, welcher zu besseren Ergebnissen führt. Außerdem ist die gleichzeitige Benutzung zwischen Espressobezug und Milch aufschäumen mit der Quickmill Orione nicht möglich, da sie eine Einkreisermaschine ist. Alles in allem ist die Quickmill Orione in ihrer Preisklasse auf jeden Fall eine der besten Maschinen, die wir empfehlen können. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn du uns ein Like dalässt, unseren Kanal abonnierst für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.